Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuschauer im Saal und bei YouTube und natürlich liebe Frau Baerbock. Einer meiner Lieblingsschlagzeilen in der letzten Woche war russische Kampagne aufgedeckt. Das Auswärtige Amt soll eine Datenanalyse vorgenommen haben, die natürlich total vertraulich ist, aber ganz zufällig dem Spiegel vorliegt. Und diese Datenanalyse kommt zu dem Schluss, dass über x-tausendfach deutschsprachige Tweets abgesetzt wurden, die den Vorwurf beinhalten, die Bundesregierung vernachlässige die eigene Bevölkerung, um die Ukraine zu unterstützen. Oh mein Gott, wie kommen die denn da drauf? Da ist man ja völlig schockiert. Oder aber man ist informiert. Man muss nur den Bericht des Finanzministeriums vom Dezember 2023 lesen, in dem steht, dass Deutschland seit Kriegsbeginn Gesamtausgaben in Höhe von 27,8 Milliarden Euro zugunsten der Ukraine veranlasst hat. Und diese Zahlen beinhalten noch nicht mal die deutschen Beiträge für die EU-Programme. Also 27,8 Milliarden Euro, das ist in etwa der 2024er Etat für das Auswärtige Amt, das Familienministerium und das Landwirtschaftsministerium zusammengerechnet. Aber für diese Ampel des Grauens sind das vermutlich alles nur Peanuts. Denn Strom kommt aus der Steckdose, Geld wächst auf den Bäumen und Stylisten werden vom Steuerzahler bezahlt. Apropos Steuerzahler. Während wir hierzulande die Einkommen unserer Bürger mit Steuersätzen zwischen 14 und 45 Prozent belasten, gibt es in der Ukraine eine schlanke Flat-Text von 18 Prozent Einkommenssteuer plus 1,5 Prozent Kriegssteuer. Das heißt, der durchschnittliche ukrainische Oligarch zahlt prozentual weniger Steuern als die meisten normalen Arbeitnehmer in Deutschland. Vermutlich lief auch deshalb die weihnachtliche Skisaison in der Ukraine wieder recht gut. In den Genuss dieses Vergnügens kommen natürlich nur diejenigen, die es sich leisten können und auf wundersame Weise nicht bei ihren Landsleuten an der Front sind. An der Front, wo ganze Generationen von Ukrainern von ihrem Präsidenten in den Tod geschickt werden, anstatt endlich Waffenstillstandsverhandlungen zu starten. Herr Abgeordneter, ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Fahle? Nein, danke. Auch das interessiert in der Ampel natürlich keinen. In Deutschland flattern derweil die Nebenkostenabrechnungen für Mieter in die Briefkästen, die zum Teil horrende Nachzahlungen im vierstelligen Bereich fordern. Man schätzt, dass es durchschnittlich 581 Euro Nachzahlungen pro Mieter gewesen sind. Preistreiber Nummer eins, die Energiekosten. Nun werden die Märchenerzähler der Regierung wieder einwenden, dass Putin schuld an den hohen Energiepreisen ist. Das ist aber nicht die Wahrheit. Denn es ist die Außenpolitik und die Energiepolitik der Ampel und ihrer schwarz-roten Vorgängerregierung, die uns das eingebrockt haben. Mir hat übrigens auch noch keiner erklären können, warum es jetzt so viel besser ist, abhängig vom amerikanischen LNG zu sein, statt vom russischen Gas. An der bösen Politik von Putin kann es ja nicht liegen, sonst dürfte die Regierung auch keine Energie-Deals mit den Vereinigten Arabischen Emiraten machen. Ich weiß ja nicht, ob Sie schon davon gehört haben, aber mit den Frauenrechten dort sieht es nicht gut aus. Aber die sind der Bundesregierung ganz offensichtlich auch egal, ebenso wie die Menschenrechte der Israelis, die von ihren Hamas-Nachbarn regelmäßig mit Raketen beschossen und aus Barbaristen niedergemetzelt werden. Immerhin unterstützt die Bundesregierung seit Jahren das sogenannte Palästinenserhilfswerk UNREWA mit Millionen Beiträgen. Und seit Ewigkeiten gibt es Belege dafür, dass genau diese Organisation die Terroristen der Hamas unterstützt. Auf X haben wir dann am Sonntag erfahren dürfen, dass zwölf Mitarbeiter sogar im Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober letzten Jahres beteiligt gewesen waren. Und genau aus diesen längst bekannten Gründen fordert meine Fraktion seit Jahren immer und immer wieder, die Zahlungen an UNREWA einzustellen und UNREWA komplett aufzulösen. Doch es passiert immer wieder das Gleiche. Wenn die große mediale Empörungswelle rollt, werden die Zahlungen Medien wirksam eingefroren, nur um sie kurze Zeit später heimlich wieder aufzunehmen. Und so unterstützt diese Bundesregierung nicht nur Terroristen und Mörder, sondern zum Beispiel auch weiterhin die Schlepper im Mittelmeer. Auch hier haben wir übrigens die Streichung der Mittel beantragt. Und wenn wir einmal bei Streichungen sind, wir haben auch beantragt, dass die Mittel für die politischen Stiftungen im Etat des Auswärtigen Amtes um 84 Millionen Euro gekürzt werden. Mit diesem Geld betreiben sämtliche Altparteien eine Art eigenes Botschaftsnetzwerk. Schauen Sie mal auf die Website zum Beispiel der Friedrich-Naumann-Stiftung. Dort hat man weltweit Standorte zum Beispiel in Manila, Islamabad, Lima, Harare und Tiflis. Und so ist das bei sämtlichen Stiftungen der Altparteien, bis auf bei der AfD natürlich. Aber die Frage ist doch eigentlich, muss der deutsche Steuerzahler das bezahlen? Unsere Antwort darauf ist ganz klipp und klar, nein, das muss er nicht. Und indem wir uns diese Frage bei allen Positionen des Etats von Frau Baerbock gestellt haben, konnten wir Einsparpotenzial in einer Gesamthöhe von 1,4 Milliarden Euro identifizieren. Damit bräuchten wir 21,5 Prozent weniger Geld als diese Ampel des Grauens. Und ganz ehrlich, ich denke, da geht auch noch mehr. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.